Moimra und herzlich willkommen zurück zu Sudoku. Ich habe das hier oben verkackt einfach. Ich mache das morgen nochmal digital. Aber dann machen wir einfach für den Zeitpunkt weiter mit diesem Kleinen hier. Warum nicht? Das ist ja echt bescheuert. Oh, da habe ich mich gerade beschissen gefühlt. Einfach dieses Ding verkackt wie so ein Idiot. Aber gut, dann machen wir jetzt mal mit einem 6x6 weiter. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich habe schon mal gesehen, hier kommt eine 1 hin. Dann hier ist die 1, zack. Also das ist vielleicht nicht so schwierig. Das ist vielleicht eher so, ich sage mal, mein Ding. Ein bisschen kleiner, einfach ein bisschen entspannter. Das sollte doch klappen. Da kommt die 5 hin. Da kommt hier die 5 hin. Ja, seht ihr, das ist auch schon mal mehr mein Kaliber. Also, ja, echt übelgeschissen. Also, ich habe ja das Bild, ich scanne das einfach ein und mache das da am PC nochmal. Und ja, dann kann ich da die Zahlen wieder rausnehmen und dann ist alles gut. Aber jetzt dachte ich, mache ich erstmal hier weiter. So, ein Idiot, aber ja, ihr seht schon, das ist vielleicht ein bisschen einfach hier. Die 2 hin. So, den Rest, das muss ich auch nicht sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt hier die 6 hin. Hier ist auch schon eine 6. Dann kommt hier auch eine 6 hin. Dann kommt hier die 1 hin. Die 1, 1, 2, 3. Okay, die 3 kommt hier hin. Oder 4, die 5 ist da auch schon. Die 6 ist hier, also hier 6. Da 3. 1, 2. Genau, 3, 4. Die 4 ist hier. Das haben wir noch nicht raus. Da hier auch die 4 ist, muss hier eigentlich hier die 4 hin. Und dann hier. 1, 2, 3. Dann kommt hier die 1 hin. Und hier kommt die 1 hin. 1, 2, 3, 4. Die 4. 1 ist hier. Dann kommt hier die 1 hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mensch! Na dann, vielen Dank. Na, okay, wir machen das nächste auch noch. Warum nicht? Ähm, vielleicht ist das, ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen schwieriger werden jedes Mal. Aber ich verschiebe das hier ein wenig so. Dass das, naja, besser für mich, einfacher für mich wird. So, guck mal. Also wahrscheinlich war das noch einfacher als das hier. Mal gucken. 1, die 2 fehlt hier bei beiden. Die können hier natürlich auch bei beiden hin. So, 3, 4, 5 und die 6 fehlt natürlich auch. Das war ja klar. So, aber hier kommt die 6 hin. Das heißt, hier kann die 6 nicht sein. Hier auch nicht. Das heißt, hier muss die 6 hin. Dann kommt hier die 2 hin. 1, 2. Dann kommt hier die 2 hin. Dann kann die 1 nicht hin. Das heißt, die muss hier hin. 1, 2, 3. 3, 3, alle 3 sind da. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier die 5 hin. 1, 2, 3. Dann kommt hier die 4 hin. 1, 2, 3, 5, 6. Kommt da hin. Okay. Jetzt, now we're talking. Gut, vielleicht kommen wir noch weiter. Was fehlt denn hier noch? Die 1 fehlt noch. Die 1 kommt. Ja, gut. Da oder dahin. Herzlichen Glückwunsch. 2, 3, 4. Die 5 auch. Schwierig. Hier, 1. Die 2 kommt da nicht hin. Das heißt, die 2 kommt da hin. 1, 2. Dann kommt hier die 3 hin. Und das kann das uns schon helfen. Das hilft uns noch nicht. So, die 1 kann da hin oder dahin. 2, 3, 4. Die 5 kann ich hin. Das heißt, hier kommt die 5 hin. Hier kommt die 1 hin. Das heißt, hier kommt die 1 hin. 1, 2. Dann kommt hier eben auch hier die 3. 3, 3, 3, 2. Okay. Und mit der 1? Die muss dann hier hin. Natürlich muss die da hin. 1, 2, 3. 4. Die 5 kann nicht hier hin. Das heißt, hier muss die 5 hin. Dann muss hier wahrscheinlich die 6 hin. Okay. 1, 1. Die 2. Jetzt haben wir noch die 4 da übrig. Das ist ja doof. Okay. 1. Was fehlt denn hier? 1, die 2 fehlt. Ja, okay. Die 2 fehlt hier oder da. Und wahrscheinlich hier oder da. 3. 3 ist überall da. 4 ist nicht hier. Ja, also muss ich hier die 4 hin. Okay, 1. Dann muss ich hier die 2 hin. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2. Ja, das ist dann hier und fertig. Okay. Alles klar. So, dann haben wir das auch geschafft. Ich schieße nochmal kurz einen weiter. Und jetzt wahrscheinlich zum schwierigsten in dieser Art. So, wo fängt man hier am besten an? Also 1. Hier ist nur eine 1. Hier ist auch nur eine 1. Die 2. 1, 2, 2. So, hier und da sind die 2. Gut. Ja, schauen wir mal wieder. Bevor hier irgendwas. 3, 3. 4. 4. Okay. Dann muss ja hier schon mal die 4 hin. So, 1. Genau. Dann kommt hier die 2 hin. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt hier die 6 hin. 1, 2, 3. Dann kommt hier die 4 hin. Dann kommt hier entweder da oder da die 1 hin. Danke. 1, 2, 3, 4, 5. Und die 6 können wir die irgendwie ausschließen. Sieht nicht so aus. Okay. 1, 2, 3, 4. Hier kommt aber die 5 hin. 5, 5, 5. Also hier muss auch nur 5 hin. Hier ist die eine. Hier ist die andere. 1, 2, 3. Kommt nicht hier hin. Dann kommt da die 3 hin. 1, 2, 3, 5, 6. So. 6 ist da. Keine andere 6. Aber bedeutet da die 6 ist, dann muss hier eine 6 hin. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass da keine sein kann. Und hier die 1 hin. Und hier die 1 hin muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da muss hier die 1 hin. Hier die 1 hin. Das ist ja echt entspannt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist die 6. Dann kommt hier die 6 hin. 1, 2, 2, 2, 2. So, was fehlt jetzt noch? 1 fehlt hier. Blöd. 2, die 3 ist hier, aber nicht dort. Guckt hier die 3 rein. Hier die 1. 1, 2, 3, 4. Hier und jetzt die letzte 1. Wuhu! Mensch! Ja gut, jetzt wird es schon mal ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall ist es motivierend. Das hier oben, das war nervig. Das war nervig. Aber gut. Haben wir heute ein bisschen kürzeren Part mit 3 kleinen Sudokus. Ups, süß, oder? Boah, wie ätzend. Wie ätzend, dass ich das verkackt habe. Ja, nein, wie schon gesagt. Mach ich jetzt nicht. Mach ich dann später. Supi, alles klar. Dann danke fürs Zuschauen. Und ja, beim nächsten Mal machen wir dann... Also morgen machen wir dann das hier. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.